Tag! Heute mache ich ein bisschen Let's Play. Let's hit the Endermans! Und zwar bin ich hier im... Ich bin nicht im Neta. Nein. Wow! Ich bin nicht im Neta. Ja, ich weiß, ich bin kreativ, aber im Überleben habe ich gerade keine Lust. Hier gegen die Tausende von Endermans zu kämpfen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Big Golem. Oha! Oha! Okay, es leckt. Die Viecher habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen. Ähm... Irgendwo mit der... Witch! Oh, cool! Oh! Na, ich will aber keine Witch, ich will... Action! Hier sind so viele Spawn-Eier, aber ich finde keinen... ...Gian Creeper! Oh, oh, oh nein! Es leckt! Die bestehen teilweise aus Obsidian. Die bestehen teilweise aus Obsidian. Okay, jetzt leckt's richtig. Schauen wir doch einfach mal zu. Wow! Ich werde... Alter! Ich werde hier schon beworfen! Ich muss hier nur in den Brunnen. Ich will nur in den Brunnen! Ich will nur in den Brunnen! Äh! Ich will nur in den Brunnen! Ich will nur in den Brunnen! Minecraft! So, das will ich mir jetzt eigentlich nicht anschauen. Ich würde sagen, das gebe ich mal. Also bis gleich! und schon sind wieder ja es gab kleine technische fehler aber jetzt nach so ungefähr zehn minuten bin ich wieder da und jetzt würde ich sagen let's fight kreants nein gms nicht kreants gms wie wärs wenn ich ich mache mit der bossen mit der bossen mit der boss ja st ja da raus und da raus ich glaub da raus und da raus egal schauen wir einfach mal nein so geht er nicht so auch nicht das habe ich doch aus was jetzt ahhh seelenband jetzt steht hier gleich wieder was wisst ihr was ich schaue mal kurz also bis gleich und dann bin ich auch schon wieder zurück eigentlich war es richtig was wir gemacht haben mit der skeletten spiel uppsala ja klein wollen so jetzt oha was laufen hier oben so oho der hat 300 leben ach so scheiße wo 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 wo